was geht ab leute und zwar gehe ich jetzt heute mal zum fischen habe mit arbeitskollegen was ausgemacht gehabt dass wir fischen gehen hat mich gerade bereit gemacht wir haben morgen wir haben jetzt 8 30 ich freue mich schon ich war noch nie fischen ja wirklich noch nie in meinem leben fischen so ein paar videos habe ich angeguckt echt also ich habe keine ahnung so zu sagen wie ich also ich habe ja gesehen wie man die fische da so betäubt und danach den gnadenstoß gibt es eigentlich jetzt mal killed ich weiß nicht also ich bin jetzt der typ der ich meine schlägerei hatte ich glaube ich gehabt oder so wäre der ein oder andere hat ja im endeweg habe ich mich sehr oft geschlagen gehabt aber das ist glaube ich nicht zu vergleichen ich weiß nicht so leben nehmen finde ich wiederum etwas voll anders als ich weiß nicht das macht mir nicht alltäglich von daher irgendwo irgendetwas leben nehmen oder sonst irgendwas wie auch immer im endeffekt ich treffe mich mit dem arbeitskollegen ich weiß nicht ich habe echt keine ahnung ob ich aufnehmen darf oder nicht wenn nicht werde ich auf dem rückfahrt auf jeden fall mal so ein feedback abgeben wie es war oder vielleicht so bei zwei kleine kurzschnitte wo ich vielleicht nur drauf bin ja ich werde auf jeden fall mal nachschauen ob das so funktioniert ich hoffe dass es funktioniert ich hoffe auch ich hoffe wirklich dass ich mich nicht zu dumm ja ich weiß nicht ich möchte mich nicht dumm anstellen echt ich möchte mich echt nicht dumm anstellen aber es gibt sachen die will man mal ausprobieren und dann denkt man sich nur noch fuck ich schaff's nicht es geht nicht und in der regel ziehe ich schon durch aber was geht ab hier jetzt mit torsten ja der hat den freier alle büten dinge sind drei Na doch, am besten mit dem Rasen, das ist nicht zu dreckig. Aaaaaaah! Wie nix? Hol'n dein Teil, mach ab. Hol'n dein Zimmer, Kai. Erst mach'n sich das Ding. Genau. Das ist der Obligo. Ha-ha-ha-ha. Oder? Was ist denn? Das ist ein Tartelot. Hau an! Komm, jetzt ist es nicht ... Das ist doch die Teile. Das ist die Klasse. Da ist die Klasse. Hau an! Aaaaaaah! Du hast das nie. Du bist doch Hau an. Das finde ich. Ui, nix. Ja. Ich gehöre noch, dass du nix. Du bist ja ein paar Mann und da ... Ja. Ich gehöre noch, was du an. Ich gehöre noch. Das ist ja schon so. Ich gehöre noch ... Nein, aber ... Nein, das ist ja ... Das ist doch hier, pleines ... throat Ja, was? Nein, ich habe ihn weggefressen. Warum? Ich habe ihn weggefressen. Nein. Ich habe ihn weggefressen. Das war zu fragen. Busten Sie, Herr Leibhaus. Das ist gut, das ist gut, aber es ist auch zu spüren. Ich habe mich nicht jetzt kurz auf das ... ... das ist ja... ... Du환stein wegen dem ... ... hier haben wir gefragtleri eingenommen. Die Grafikverlag. Oh, du hast ja direkt auf mich gewartet. Du hast ja direkt gestoßen. Ja, stimmt. Jetzt, Jeffy. Oh, du hast es. Hoch, rüber. Nichts bei der Handelruhe. Da ist man sich. Hier, nicht. Versuch, dass ich meine Hose bekomme. Nicht hin. So, das steht hier. Hier, soll ich mal runter gehen? Pass mal auf. Ich denke, du fängst da auch einen ohne? Ich mach kein Köderrad. Ohne Köder? Ja. Hä? Ohne Köder, hast du dich? Ja, ja. Ja, ja. Was? Ich weiß. Ohne Köder. 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 Oh, guck mal ey. Das titte da. Boah. Das ist ein riesen Brocke. Ohne Köder, meine Freunde. Auf jeden Fall, vielen Dank Leute. Hier, wir haben jetzt 5 Fische schon gefangen. Die behalte ich jetzt. Weitragen wird nicht mehr. 9 Uhr waren wir, ja, 9.20 Uhr oder 9.15 Uhr waren wir hier. Und schon fertig, 5 Fische ich, 6 Fische hat er. Gedruck, zuck, also bisschen mehr, weiß nicht, hätte ich schon erwartet, aber... Peace.